Mein Name ist Simon Hurtz und ich werde meinen Gästen heute Fragen stellen, die, das kann man glaube ich so sagen, alle großen Verlage der Z umtreiben. Nämlich, wie nutzen diese jungen Menschen eigentlich Medien und was müssen wir, also wir die Journalistinnen und Journalisten und wir die Verlage tun, um sie noch mit journalistischen Inhalten zu erreichen. Eigentlich hätte heute neben mir im Studio Marike Reimann sein sollen, die bis vor kurzem als Chefredakteurin von Z gearbeitet hat. Marike musste leider kurzfristig absagen, was aus zwei Gründen bedauerlich ist. Zum einen fehlt natürlich ihre Expertise und zum anderen bedeutet das, dass mal wieder drei weiße Männer über Medien und deutlich jüngere Menschen sprechen. Das ist natürlich nicht ideal, aber ich kann zumindest garantieren, dass die beiden Gäste, die ich gleich vorstelle, absolute Experten auf ihrem Fachgebiet sind. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Ende dieser halbstütigen Diskussion einige Erkenntnisse gesammelt haben, die darüber hinausgehen, dass jüngere Menschen womöglich keine Print-Zeitungen mehr lesen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich begrüßen darf zum einen Meinolf Ellers, den Chief Digital Officer der Deutschen Presseagentur, dpa. Und Professor Uwe Hasebrink, den Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, Hans-Brede-Institut, der uns aus Hamburg zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Und beide waren im Laufe der vergangenen Monate und sind immer noch maßgeblich an einem Forschungsprojekt beteiligt, das überhaupt der Grund ist, warum ich hier im Studio stehe und warum wir uns heute unterhalten. Das ist die Initiative Use the News der dpa. Und bevor ich jetzt vorgreife, würde ich das Wort gleich gern an Meinolf übergeben, der uns einen kurzen Input gibt und dieses Forschungsprojekt vorstellt und vielleicht erzählt, warum das doch ein relativ, zumindest in Deutschland, einzigartiges Projekt ist. Ja, vielen Dank, Simon. Und ich glaube, es ist nicht nur in Deutschland ziemlich einzigartig, sondern der Ansatz, den wir hier gewählt haben, ist einer, der auch international, glaube ich so, bislang noch nicht gewählt worden ist. Also wir machen uns hier auf den Weg in einem sehr großen Konsortium von Partnern aus allen Bereichen und verbinden an der Stelle eine Studie und ein Labor. Und ich weiß nicht, ob ich meine Präsentation schon starte, dann kann ich so kurz einmal durch die wichtigsten Fakten hier durchführen. Ja, also wir hatten vor einigen Wochen den Verlegerkongress in Berlin und da hat Matthias Röpfner, der Chef von Axel Springer, Lucy Küngen interviewt vom Reuters-Institut. Und Lucy Küngen hat auch die Frage von Matthias Röpfner, was denn eigentlich die größten Herausforderungen für die Medien in den nächsten Jahren sind, eine sehr einfache Antwort gehabt. Wir haben natürlich gesagt, es gibt zwei große Herausforderungen, die heißen Generation Y, also die sogenannten Millennials, und Generation Z. Und wenn wir über Medien reden und Medien- und Nachrichtennutzung, dann ist mit diesen beiden Zielgruppen und Generationen ein so tiefgreifender Wandel in Werten und Einstellungen und der Art der Mediennutzung verbunden, dass dies tatsächlich vieles auf den Kopf stellt. Was wir als Medienschaffende und Journalisten gelernt haben. Und das hat, wenn wir mal weitergehen können, das hat eben tatsächlich nicht nur für uns alle in den Medien gravierende Konsequenzen für unsere Geschäftsmodelle und unsere Arbeit, sondern die Effekte gehen noch viel tiefer. Und wir können es ja gerade, wir sind alle die elektrisiert und gucken auf die Umfragezahlen aus den USA, wie geht das aus mit den Präsidentschaftswahlen? Und wir sehen dort oder beim Brexit und bei vielen anderen Phänomenen weltweit, dass wenn Menschen nicht mehr zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden können und zwischen wahr und falsch, dass das für unsere Demokratien ganz gravierende Konsequenzen hat. Und wir haben, wenn wir so auf die Phänomene gucken, was sich bei den Jungen verändert, so einige Dinge, die im Prinzip schon seit einer ganzen Weile offensichtlich sind. Also da gibt es die Reuters-Studie jedes Jahr und viele andere Untersucher, die sagen uns einmal, dass es eine Erosion der Nachrichtennutzung gibt, dass das Ansehen der Nachrichtenmedien deutlich zurückgeht und leidet und dass die Institution Nachricht, also sagen wir, seit der Aufklärung hat man eigentlich einen Konsens in unseren Gesellschaften, dass politischer Diskurs und politische Meinungsbildung eigentlich nur möglich ist, wenn man sich auf Fakten und wissenschaftlich überprüfbar ist und eben auch auf gesicherte Nachrichten verlässt. Und jetzt hören wir plötzlich neue Phänomene wie News-Fatigue, also Menschen, die sagen, ich habe genug von diesen Nachrichten, die mir schlechte Laune oder News-Avoidance. Ich versuche also, den Nachrichten bewusst aus dem Weg zu gehen, weil sie mir schlechte Laune machen, weil sie mich verängstigen oder auch was auch immer. Dann stellen wir fest, dass der flüchtige Nachrichtenkonsum mit jungen Zielebuchungen immer stärker wird. Das heißt, ich mache mir mal schnell in der Timeline so ein schnelles Bild, so einen schnellen Überblick, aber so richtig mühsamen Sachen erarbeiten, die Tiefe gehen, das mag ich eigentlich gar nicht mehr. Und dann haben wir auch so Phänomene, die uns die letzte PISA-Studie vor Augen geführt hat, dass tatsächlich bei 14-15-Jährigen nur noch einer von zehn in der Lage ist, zwischen Meinung, Kommentar auf der einen Seite und Berichterstattung auf der anderen Seite zu unterscheiden. Also das sind schon gravierende Veränderungen. Und wenn wir noch weitergehen, haben wir hier mal zwei Zitate, die jetzt schon aus der angelaufenen Studie, Use the News sind, aus der Vorstudie, die wir bislang gemacht haben. Da gleich noch ein bisschen was mit der Studie insgesamt aufgestellt ist. Aber wenn man dieses zweite Zitat zum Beispiel sieht, ich habe nicht das Gefühl, dass man sich explizit über Themen informieren muss, weil das schon irgendwie von selber zu mir kommt, wenn es wichtig ist. Und ich denke mal, über Generationen wussten wir, wenn du etwas verstehen willst, politische Zusammenhänge, komplexe Ereignisse, dann muss man sich das auch manchmal erarbeiten. Und da ist Text sehr sperrig und jetzt kommt eine Generation oder kommen Teile der Bevölkerung, die sagen, diese Mühe nervt, muss das wirklich sein? Wenn was wichtig ist, dann fliegt es durch meine Timeline. Und damit wären wir beim nächsten Punkt, wo ich mal kurz den Überblick geben kann, wie dieses Projekt aufgebaut ist. Und das ist eben in der Tat eine Konstellation, die es so noch nicht gegeben hat. Also wir machen eine Studie mit dem Leibniz-Institut. Uwe Haselbrink wird gleich noch ein bisschen im Detail darüber sprechen. Das Leibniz-Institut in Hamburg ist die Institution in Deutschland, wenn es um Mediennutzungsforschung geht. Und ist im Übrigen auch der deutsche Partner des Reuters-Instituts in Oxford, das ja jetzt seit Jahren immer wieder Fumore macht mit dem Reuters News Report. Und tatsächlich sehr genau wisst, wie sich bei der Nachricht-Informationsnutzung die Dinge weltweit in den Einzelmändern verschieben. Und was wir hier machen in der Studie ist, wir wollen mal ganz tief reingucken, wie die jungen Zielgruppen, und zwar dort ganz konzentriert vergleichen, das Nachrichtennutzungsverhalten der 14- bis 24-Jährigen, mit dem der 40- bis 50-Jährigen, also denen, die, sagen wir mal, eine hybride Mediennutzung haben, weil sie in der analogen Medienwelt aufgewachsen sind, sich das Digitale angeeignet haben, während die 14- bis 24-Jährigen heute tatsächlich rein digital unterwegs sind. Der zweite Teil, und da wird es ganz spannend, ist, wir wollen als beteiligte Medien sehr früh verstehen, was das, was wir dort lernen in der Studie eigentlich bedeutet für unser Angebot. Also wo müssen wir unsere Nachrichten- und Informationsangebote anpassen? Vielleicht auch gerade solche, von denen wir selber in Stellen immerhin immer geglaubt haben, die sind doch genau gemacht für die jungen Zielgruppen. Und möglicherweise stimmt das gar nicht. Noch viel spannender ist der zweite Aspekt, dass wir uns von den Leibniz-Kollegen Hinweise erhoffen, auf Bedürfnisse und Nutzungsformen, die wir gar nicht abbilden können. Und Professor Hasebrink hat mich nur sehr überrascht, als er bei einer ähnlichen Veranstaltung erzählte, dass die Leibniz-Kollegen mal irgendwann in einer Studie einen gut informierten Menschen hatten, Anfang 20, und auf die Frage, was ist in deiner Nachrichtenquelle, erzählte der, ich habe nur eine, und das ist der Teamspeak bei World of Warcraft. So, und das ist heute für Leute in der Zielgruppe eine seriöse Nachrichtenquelle. Also, das ist das New City Lab. Und dann kommt der dritte Schritt, das ist das New Curriculum. Also, wir wollen uns mit den Beteiligten, Sie werden gleich sehen, das ist wirklich eine tolle Kombination von Beteiligten, die wir da zusammengebracht haben. Wir wollen überlegen, wie wir nach die Informationsvermittlung auf eine völlig neue Art und Weise in die Schulen bringen. Wir hören alle immer vom Digital-Pakt Schule, der nicht so richtig ins Laufen kommt. Und wenn es in dem Kontext um die Vermittlung von zeitgemäßer Nachricht und Informationskompetenz geht, dann stehen wir leider genauso schlecht da. Also, da liegt ganz viel im Argen, dass wir dringend, dringend verbessern müssen. Ja, und dann kann ich mal auf der nächsten Folie, haben wir mal einen Überblick über die Partner und was uns als dpa, wir sind ja die Genossenschaft, die gemeinsame Plattform der deutschen Informationsmedien und wir sind eigentlich auch die einzige Veranstaltung in der Form, bei der sowohl öffentlich-rechtliche Anstalten und private Verleger, Fernsehen und Zeitungen und Zeitschriften zusammen sind. Und ich freue mich total, dass es gelungen ist, dass wir diese Breite der Partner auch hier im Konsortium von Just the News hinbekommen haben. Also, man kann eben sehen, von der ARD und ZDF über RTL-NTV bis hin zum Spiegel, zu mehreren Zeitungsverlagen, der BNZV selber ist dabei. Und wir haben eben drei Landesmedienanstalten mit an Bord und den Hamburger Senat, sodass wir auch gute Chancen sehen, dass wir hier auch in Richtung der Bildungspolitik und der Schule auch eine Brücke bauen können, dann tatsächlich auch zu konkreten Projekten und Veränderungen führen. Ja, noch ein bisschen was zur Studie. Im Wesentlichen habe ich das schon genannt, wen wir da vergleichen wollen. Wir haben uns so einen Mehrschritt vorgenommen, das sagt, wir wollen zunächst mal wissen, wie Nachrichten genutzt werden, welche Kanäle, wie oft und in welcher Intensität. Und daraus wollen wir eigentlich ableiten, die Frage nach der Nachrichtenkompetenz. Was bleibt denn eigentlich hängen in den Köpfen? Jetzt gibt es so Digitalskeptiker, die sagen, nur wenn man regelmäßig lange Stücke liest, dann ist man auch wirklich informiert, weil das geht wirklich auf die Festplatte. Wir wissen nicht, ob das so ist. Möglicherweise ist es ja so, wenn Leute sich durch Timeline swipen, bleibt genauso viel hängen und sie sind am Ende genauso sorgfältig informiert. Mal schauen. Aus dieser Nachrichtenkompetenz heraus wird sich dann die Frage stellen, was macht das mit der Informiertheit? Denn Informiertheit ist ja letztlich der Zustand, auf dem ich mir dann Meinungen bilde und im Zweifel auch eine politische Meinung, die dann bis hin zur Wahlurne geht. Und auch das wollen wir ausloten und verstehen. Die Studie soll im Mai nächsten Jahres soweit sein und vorgestellt werden. Und wenn wir weitergehen, parallel läuft jetzt eben der Prozess im News Literacy Lab und da sind Journalisten, digitale Produktentwickler, Audience Engagement Manager, Leute aus dem Bereich Marketing kommen da zusammen im Lab und wir versuchen interdisziplinär und übergreifend über diese verschiedenen dort beteiligten Gattungen jetzt tiefer reinzugucken in die Produktentwicklung. Und wir haben uns dort einige Tracks vorgenommen. Also wir haben alle Themen, die man sich so anschauen kann hier, so ein bisschen gruppiert und Schwerpunkt gebildet und darunter sind zum Beispiel Thementracks wie Video und der Umgang mit den Plattformen, Podcast. Ein großes Thema wird sein Collaboration. Also wie ist das, wenn wir als Medien versuchen, zusammen mit der Zielgruppe zu erzählen und Inhalte zu bauen. Also das werden die Themen im News Literacy Lab sein, was dabei auch noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich habe ja die Ehre auch Geschäftsführer beim Media Accelerator hier in Hamburg zu sein und wir haben dort eine Menge interessanter Startups, die teilweise direkt aus der Zielgruppe kommen und uns sagen, liebe etablierte Medien, wir wissen eigentlich viel besser, wie man mit den Zielgruppen herankommt und wie neue innovative Produkte für sie aussehen müssen. Also werden wir auch hier einige Kooperationen schmieden mit den Startups aus dem Umfeld des LMA. Ja, da habe ich nochmal in der nächsten Folie die Tracks und wir können da weitergehen. Das News Curriculum, das ist dann tatsächlich der entscheidende Punkt. Kommen wir dort zu einer Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren, die bei diesem großen gesellschaftlichen Thema wirklich dort ansetzt, wo die Dinge im Kern passieren, nämlich in den Schulen. Und dort sind wir heute schon im Kontakt mit verschiedenen Initiativen, wie die Reporterfabrik oder Journalismus macht Schule und andere. Wir glauben aber auch dort, werden wir möglicherweise völlig neue Wege gehen müssen, um tatsächlich, und das ist der Kern dessen, was wir hier tun, immer wieder von der Zielgruppe und von diesen potenziellen, künftigen Mediennutzern zu denken. Wir machen, glaube ich, alle viel zu sehr den Fehler, dass wir aus unserer vorgeprägten Medienwelt glauben, wir könnten auch die jungen Zielgruppen auf eine altbekannte Weise beglücken, weil wir denken, wir wissen doch ganz genau, was wichtig ist. Es kann gut sein, dass wir das komplett umdrehen müssen, um dann tatsächlich viel stärker mit den Augen und den Erwartungen und gemeinsam mit der Zielgruppe diese neuen Angebote zu bauen. Ja, das soll es zur Einleitung gewesen sein. Herzlichen Dank für den sehr umfassenden Überblick dieses interessanten Projekts, Meinolf. Ich würde jetzt zu Beginn erst mal gern bei dem ersten Teil, nämlich bei der Studie bleiben. Daran war ja Professor Hasebrink maßgeblich beteiligt. Und Sie, Herr Hasebrink, fragen, was, also zum einen, wie läuft denn Ihre Forschung bislang konkret ab? Und können Sie uns jetzt schon einen Zwischenstand mit einigen konkreten Erkenntnissen mitteilen? Ja, das mache ich gern. Erstmal vielen Dank, Herr Ellers, für diese enthusiastische Einführung, die mir wieder richtig auch mal ein Zug gibt, dass das Thema wichtig ist. Das charakterisiert das Projekt schon von Beginn an. Also was machen wir im Rahmen dieser Studie? Das sind zwei Schritte. Zum einen versuchen wir, die junge Zielgruppe selber zu sprechen zu bringen. Wir machen eine qualitative Untersuchung mit Gruppendiskussionen, in denen wir mit Kindern und Jugendlichen, nicht mehr Kindern, also mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aus zwei Altersgruppen sprechen. Eine Gruppendiskussion. Das sind die 14- bis 17-Jährigen, also die noch Jugendlichen, und die 18- bis 24-Jährigen. Das sind die beiden, die uns hier besonders interessieren und für einen Vergleich werden wir gleichzeitig noch mit 40- bis 50-Jährigen sprechen, der uns jetzt hier an dieser Stelle aber nicht so sehr interessieren soll. Worüber sprechen wir mit denen? Wir wollen mit denen in Gruppendiskussionen erfassen, wie reden sie eigentlich in ihrer Altersgruppe über Nachrichten? Welches Verständnis von Nachrichten, welches Verständnis von Journalismus, welche Interessen an bestimmten Weltthemen haben sie und bringen sie zum Ausdruck? Das soll in diesen Gruppendiskussionen zum Vorschein kommen. Wohlgemerkt nicht mit dem Ziel, Einzelne zu differenzieren, dass sie sich unterscheiden, sondern vor allen Dingen damit, wie wird in der Gruppe selbst über Nachrichten gesprochen? Dafür sind solche Gruppendiskussionen die geeignete Methode. Die haben wir jetzt schon im Spätsommer geführt, diese entsprechenden Gespräche und sind derzeit dabei, sie auszuwerten. Ich kann nachher noch kurz etwas zu ersten Ergebnissen sagen. Ich will Ihnen aber gerade kurz sagen, was dann der zweite Schritt sein soll. Der zweite Schritt soll eine standardisierte Befragung sein, auch wieder bei denselben Altersgruppen, 14 bis 17, 18 bis 24 und 40 bis 50 Jahre. Und die fragen wir systematisch in einer standardisierten Befragung, sodass wir dann hinterher auch etwas über die Gruppe insgesamt sagen können, welche Nachrichten sie nutzen, was sie an Nachrichten interessiert, welche Einstellungen sie zu Nachrichten haben, wie informiert sie über das Weltgeschehen sind und wie sie ihre Meinungen bilden. Also die Aspekte, die mein EUSL hat gerade schon angesprochen. Damit wollen wir dann diese Gruppe auf einer repräsentativen Basis beschreiben können. So, das sind die beiden Bausteine, die da bis Mai abgearbeitet werden. Sagen wir zunächst etwas vorläufiges über diese Gruppendiskussionen. Das Besondere an denen, sie sind gut geeignet, um etwas über diese Altersgruppe an sich zu sagen. In Gruppendiskussionen erfährt man besonders viel, worüber können wir uns denn gut verständigen, worin sind wir uns einig. Das ist das, was wir hierbei betonen. Worin sind sie sich einig? Sie sind sich einig in dem, was Meinolf Ellers gerade angedeutet hat, ist, die Dinge ändern sich. Viele Dinge, die im Fachdiskurs unter Journalistinnen und Journalisten, unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern herkömmlich als guter Journalismus gilt, etwa festgemacht an bestimmten Nachrichtenmarken, etwa festgemacht an bestimmten Formen der Recherche, an bestimmten Qualitätskriterien, spielt in möglichen Reden darüber bei den jüngeren Altersgruppen so gut wie keine Rolle. Da gibt es ganz andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Nachrichtenmarken stehen nicht im Vordergrund. Es sind ganz andere Anbieter. Ich will kurz das damals berichtete Ergebnis mit World of Warcraft zum Anlass nehmen. Es wird nicht unbedingt behauptet von dieser Person, die sagt, ich informiere mich wunderbar in dem Chat nebenbei bei Work on World of Warcraft. Er sagt nicht, das ist Qualitätsjournalismus, sondern er sagt, für meine Bedürfnisse, mich zu informieren darüber, was gerade wichtige Themen sind, über die sich für mich relevante Menschen auch verständigen, also in dem Fall meine Kumpels, mit denen ich World of Warcraft spiele, das erfahre ich genau in diesem Chat dabei. Das heißt, die entscheidende Adresse, das entscheidende Ziel, das entscheidende Medium ist eher eine Gruppe, von der ich kenne und von der ich weiß, wo ich sie treffe und wo ein sozialer Kontext besteht, in dem ich mit dieser Gruppe gut sprechen kann, sodass es selber für mich von Bedeutung ist. Das steckt dahinter. Das Beispiel ist insofern sicherlich irritierend und offensichtlich hat es auch bei Ihnen, Herr Ellers, Eindruck hinterlassen, wie bei uns auch, weil wir aus unserer Denkweise niemals auf den Gedanken gekommen wären, dass das eine relevante Informationsquelle ist. Wenn man darüber nachdenkt, fällt einem allerdings auf, warum eigentlich nicht? Ein Ort, wo Menschen sind, denen ich vertraue, dass sie ähnliche Interessen haben, wie ich vielleicht, mit denen ich darüber sprechen kann, was gerade los ist, die möglicherweise auch unterschiedliche Interessen haben und sodass der eine über dies Thema, der andere über jenes Thema, über die kriege ich in einer kleinen Zusammenfassung berichtet, was im Moment für meine Gruppe relevant ist. Eigentlich eine sehr gute Form von Journalismus, bloß angeboten von einem Medium und in einem Kontext, wo wir es selber nie erwartet hatten. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diesen Ansatz bei dieser Studie zu wählen, dass wir mit Offenheit, mit offenen Ohren an die Sache herangehen, um überhaupt erst mal drauf zu kommen, was aus der Sicht der Jugendlichen und jungen Erwachsenen relevante Informationsmedien sind. Ich ende vielleicht an dieser Stelle einmal kurz, damit wir auch noch zu anderen Fragen von Ihnen kommen. Danke für den Info und die Erklärung. Jetzt bin ich 30, also gar nicht so weit weg von dieser Zielgruppe und trotzdem kommt mir das alles sehr, sehr fremd vor, muss ich sagen. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie Medienmacher in einem Verlag wäre, dann würde ich mir denken, oh Gott, das ist ja ein Mediennutzungsverhalten, was so weit weg von unserer eigenen Realität ist und was es uns auch wahnsinnig schwer macht, diese jüngeren Menschen noch mit unseren Inhalten zu erreichen. Ja, das würde mich erst mal schon vor größere Probleme stellen. Und deshalb gibt es ja diesen zweiten Teil des Projekts, das Pilotprojekt, wo in Kooperation mit Medien geschaut werden soll, wie man eben jüngere Menschen noch mit Inhalten erreicht. Und vielleicht kannst du, Meinolf, da noch ein bisschen erzählen, wie das abläuft, was da bereits entwickelt wird und was in den kommenden Monaten noch passieren soll. Da kann ich, glaube ich, auch ganz gut in den Ball von Uwe Hasebrink aufnehmen. Wir haben zum Beispiel einen Track, wie ich erwähnte das vorhin kurz, der heißt Kollaboration. Was ist damit gemeint? Wir haben kürzlich, mancher hier kennt den New Yorker Journalismusprofessor Jeff Jarvis, dem haben wir kürzlich in Hamburg den Scoop Award verliehen und da hat er uns ein paar Empfehlungen gegeben für Journalismus in der heutigen Zeit. Erstes Gebot, zuhören, zuhören. Zweites Gebot, mit der Zielgruppe zusammen Journalismus denken. Und das sagt Jeff Jarvis, der auf die 70 zugeht. Aber genau das stellen wir hier auch fest und das wollen wir im News Literacy Lab konkret umsetzen. Wir haben einen Track, der eben Collaboration heißt und wo wir das ausprobieren wollen. Wie geht das? Wir haben eben beispielsweise im Next Video Accelerator gerade ein Startup. Da gibt es einen 18-Jährigen namens Pierre. Er hat gerade sein Abitur in Paris gemacht und studiert jetzt in London und hat parallel seine Firma gegründet. 14 News. Nicht von 14, sondern Nachrichten für Teams. 14 News. Und Pierre kommt jetzt her und ist frech und dreist und sagt uns Medienmachern ins Gesicht, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, wie wir ticken. Ich bin Generation Z und ich weiß nicht nur, wie wir ticken, wenn es darum geht, Nachrichten und Informationen zu konsumieren, sondern ich mache das noch besser als ihr. Und jetzt gehen wir also her und schauen uns an, wie macht Pierre das? Wie spricht er seine Leute an, die mit ihm gemeinsam dann hergehen und plötzlich Informationsformate entwickeln für Instagram oder für TikTok? Und wir gehen jetzt nicht her und sagen, können wir den kopieren, sondern wir versuchen Formen zu finden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und da gibt es einen interessanten Grundsatz aus der Gaming-Industrie, der heißt Find the Whales, findet die Wale. Und die Wale, das sind beim Gaming die sogenannten Heavy-User, mit denen kein Spiel wirklich an den Start gehen kann. Also wenn der Rest der Community guckt, wie sind die drauf, was finden die gut und wenn ich die Whales im Sack habe, dann weiß ich, dass alles andere auch passieren wird. Also erster Schritt, den wir uns vornehmen im Lab, wir wollen Whales identifizieren wie Pierre. 16, 17, 18-Jährige, die sagen, für mich ist klar, Nachrichten und Informationen ist wichtig und bleibt wichtig. Aber die Art und Weise, wie wir sie erzählen, die muss anders sein. Da haben wir Ideen. Wenn wir auf TikTok gehen, würden wir es so und so machen. Wenn wir auf Instagram gehen, haben wir andere Ideen oder YouTube oder Podcasts oder was auch immer. Also ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir jetzt hier machen werden. Wir wollen alles, wie im besten Design Thinking, immer zuerst mit dem User anfangen, User-Centric. Das haben wir als Medien lange nicht gelernt. Wir haben immer geglaubt, es ist Sender-Empfänger-Prinzip. Wir denken uns was aus, wir schreiben schön auf, wir sagen, hey, das ist doch toller Journalismus, müsst ihr alle gut finden. Und dann sollen die bitte, die Community, die Konsumenten, sonst so konsumieren. Und jetzt gehen wir ab und sagen, lass uns das umdrehen. Lass uns das umdrehen und verstehen, was denken diese Whales, was sind die Themen, die ihnen wichtig sind. Ich will nur ein Beispiel noch nennen, Zeit Online, was die Zeit gestartet hat, unter anderem mit Deutschland spricht, My Country Talks, fantastische Initiative. Deswegen ist es schade, dass Mareike heute nicht dabei ist, weil das zum Beispiel ist für mich der vorbildliche Ansatz zu sagen, bevor wir anfangen zu schreiben und zu denken und die Storys zu kreieren, schaffen wir erstmal dialogische Plattformen, wo die, denen wir was erzählen wollen, erstmal überhaupt sich austauschen und wir hören mal zu. Dann verstehen wir die Themen, dann können wir erzählen, worüber die sich austauschen, was ihre Argumente sind und so kommen wir gemeinsam mit den potenziellen Endkunden und den Nutzern ins Gespräch und das wird viel dialogischer und wir kommen und das Sende-Empfänger-Prinzip wird zu einem Ping-Pong auf Augenhöhe. Jetzt haben wir sehr viel über, also oder ich, über diese jungen Menschen gesprochen und ich bezeichne sie immer so als homogene Masse. Tatsächlich unterteilt die Studie ja jüngere Menschen nochmal in zwei Altersgruppen, die Generation Z und die Generation Y. Was mich jetzt interessieren würde, Herr Hasebrink, was haben Sie denn bislang gelernt? Wie unterscheiden die sich? Kann man das irgendwie konkret machen? Also ist das, ist da zwischen den 14- bis 17-Jährigen und den Älteren ein wichtiger Unterschied? Wir nehmen erst mal den wichtigen Unterschied zwischen diesen beiden jungen Altersgruppen und der älteren. Also der Bruch umfasst erst mal beide Altersgruppen. Wir waren selber sehr dahinter her, diese beiden Gruppen zu unterscheiden, weil sie lebensweltlich im Hinblick auf die Alltagsanforderungen, mit denen sie zu tun haben, schon sehr unterschiedlich sind. Die Jüngere ist noch mitten in der Jugend, die meisten wohnen noch zu Hause, sind noch in der Schule oder in der Ausbildung, während die anderen schon sich selbstständig machen müssen, sich um eine Ausbildung kümmern müssen, aus dem Haus raus sind. Das sind ganz andere Lebenskontexte, in denen entsprechend auch die Medien anders genutzt werden. Deswegen ist es wichtig, diese beiden voneinander zu unterscheiden. Insofern ergeben sich die meisten Unterschiede schon aufgrund der Ansatzbedingungen dieser beiden Gruppen. Danke. Jetzt ist ja der Diskurs über jüngere Menschen sehr oft sehr problemorientiert. Also man denkt irgendwie, die sind viel weniger nachrichtenkompetent, die hängen nur noch in ihren Smartphones. Wir Medienmacherinnen und Medienmacher erreichen sie überhaupt nicht mehr. Oh Gott, was hat das nur für Auswirkungen für die Gesellschaft? Ich würde gerne die Frage an Sie beide stellen, ob man das nicht auch andersrum sehen kann, also quasi den Wandel als Chance begreifen und zu sagen, okay, jüngere Menschen waren vielleicht früher auch nicht immer aktive Tageszeitungsleser und gibt es durch die neuen Kanäle nicht eine ganz andere Möglichkeit, sie mit journalistischen Inhalten anzusprechen und zu erreichen. Was mich interessieren würde, was müssen Verlage, wir Journalistinnen und Journalisten machen, damit das gelingt? Vielleicht erst du, Meinolf. Ich glaube, einiges habe ich vorhin gesagt und ich denke tatsächlich, dieses dialogische Prinzip, die Leute einladen zum Dialog, das ist ein zentraler Punkt und ich denke sogar, das ist ein journalistisches Prinzip, mit dem wir uns beschäftigen, das weit über die junge Zielgruppe hinausgeht. Die ist jetzt die, die uns diese Aufgabe am deutlichsten stellt, weil völlig klar ist, wenn ich ein deutscher Zeitungsverleger bin oder der Verantwortliche eines Fernsehsenders und schaue auf meine Alterskohorten und rechne mal hoch, wo ich denn in 10 oder 15 Jahren stehe, dann ist völlig klar, wenn ich diese Generation der unter 30-Jährigen jetzt nicht überzeuge für das, was ich mache, dann wird es verdammt eng, noch enger, als es ohnehin schon wird. Also von daher glaube ich, dass dieser Weg ist richtig und wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, das, was ja gerade passiert draußen ist, viele Tageszeitungsredaktionen mussten unter Corona sich verabschieden vom Terminjournalismus. Also eine gelebte Routine, kennst du Simon auch noch aus Redaktion, das heißt, morgen wird ins Terminbuch geguckt und dann werden die Ressourcen verteilt und abends werden zwei oder drei Blattseiten zugemacht und dann geht der Inhalt parallel noch auf die Website und die digitalen Kanäle. Das ging schon unter Corona jetzt nicht mehr, weil die Termine waren weg und jetzt musste ich plötzlich, musste eine ganze Organisation viel stärker initiativ werden als in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass das ein Rückenwind ist, den wir zum Beispiel in so etwas wie Use the News mitnehmen können, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal denke, wenn wir jetzt gerade mit Jugendlichen im Lab sprechen, was die uns sagen ist, klar, natürlich reden die alle über Fridays for Future und Klimawandel und was man tun kann, das ist ein großes Thema, aber jetzt aktuell zum Beispiel so eine ganz konkrete Streitfrage, wie viel Party dürfen wir machen unter Corona? Wir haben als unter 20-Jährige, unter 25-Jährige, jede andere Generation vor uns das Recht zu feiern, Party zu machen, das könnt ihr uns eigentlich nicht wegnehmen. Das ist ein Existenzrecht. Und wenn wir so ein Thema aufgreifen und sagen, jetzt lass aber doch mal die Zielgruppe sich da austauschen, da gibt es nämlich den Pfadfinder, der sagt, wir müssen bitte an die anderen denken und an die Pflegeheime und die Alten, dass wir die nicht gefährden. Und es gibt die anderen, die radikale Gegenfraktion, die sagt, ist mir ganz egal, ich habe Recht auf Party. Und natürlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen und wir müssen sie erzählen und wir müssen am Ende versuchen, Gesellschaft zusammenzubringen und den Diskurs und den Austausch zu organisieren. Denn das ist unsere Aufgabe im Journalismus. Und da werden uns die Jungen jetzt stärker hindrängen und ich glaube, wer wird uns auf dem Wege bewegen und uns das Projekt da jetzt beschleunigt, ich glaube, dann tun wir dem Journalismus ganz generell einen großen Gefallen. Das wäre ja eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort gewesen, aber wir haben noch ungefähr anderthalb Minuten und deshalb würde ich mit der Bitte um eine kurze Antwort noch einmal Herrn Hasebring fragen. Haben Sie denn den Eindruck, dass gerade deutsche Verlage im Moment schon ein ausreichend umfassendes Bild der jungen Zielgruppe haben und was müssten Sie tun, um Sie besser mit journalistischen Inhalten zu erreichen? Wir haben nicht den Eindruck, dass Sie schon eine hinreichende Grundlage haben, deswegen machen wir dieses Projekt und mir ist an dem Projekt um die letzte Minute tatsächlich zu nutzen, vor allen Dingen wichtig, dass diese Gruppe nicht als homogene Gruppe wahrgenommen wird. Das ist ein großes Anliegen, auch deutlich zu machen, wie sie sich wieder unterscheiden. Also wenn wir alle 14- bis 17-Jährigen, das ist schon nur eine schmale Gruppe, aber die sind so unterschiedlich, auch im Hinblick auf ihre Erwartungen und besser zu verstehen, wer holt denn seine Informationen bei welchem Medium ab und wie kombiniert er oder sie es mit anderen, auch journalistischen Medien, trotz aller vermeintlichen generationsspezifischen Änderungen. Das ist uns ein besonderes Anliegen, denn ich glaube, so gut es ist, dass wir uns speziell mit dieser Zielgruppe befassen, sie ist nicht eine homogene Gruppe. Wir müssen genauer verstehen, aus welchen Gründen manche von diesen besonders Nachrichten kompetent sind, gerade mit Hilfe der neuen Techniken, besonders nachrichtenintensiv sind, nachrichtenintensiver als die meisten von den Älteren, während andere aufgrund bestimmter Bedingungen eben abgehängt bleiben beziehungsweise ihre Nachrichtenbedürfnisse nicht erfüllen können und insofern nicht kompetent sind. Also weniger diese jungen Menschen sagen, genauer hinschauen. Ich glaube, das ist ein Take-away, den wir alle mitnehmen können. Ihnen beiden vielen Dank und den Zuschauerinnen und Zuschauern im Stream. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss.